Wo fahren wir denn jetzt hin? Festival! Ein Festival der Liebe! Ja, wir fahren zu einem Festival Electric Love. Aber nicht in Magdeburg, sondern in Österreich, Salzburg. Wir sind heute sehr kleine Crew. Assi ist krank, Snacks ist krank. Das heißt, wir haben noch einen DJ. Und was hat er gefangen? Wieder ein Barsch. Ja, genau. So sieht's aus. Kleine Crew, kleiner Auftritt. Da hab ich den. Da hab ich den. Den Rochen. Warte, ich drück noch mal weiter. Ein Rochen, er kam am Meeresboden angekrochen. Robert Spiegel zu der Wegweg. Oh, was hast du für eine Kamera, Alter, Digga. Oma, es ist rot! Mensch! Oma, Mann! In München! Gewerte mal den Burger, jetzt machen wir den Big Mac Tester. Du meinst den Big Tasty Bacon Tester. Rest in peace. Der Käse war schon außen an der Verpackung fest geschmolzen. Das heißt, das Teil liegt da hinten schon 20 Minuten. Und der Big Tasty hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun gehabt. Ich muss jetzt ehrlich sagen, der Burger ist gut. Der ist frisch. Fleisch ist warm. Die Soße ist warm. Der Salat schmeckt sehr knackig, sehr frisch. Der Brot ist knusprig, also nicht hart. Der Käse ist noch nicht angebacken. Das sieht man hier auch. Man kann nichts dagegen sagen. Das Luke ist ein sehr guter. Das war too much. Der kommt noch nicht mal rum. Alter, war das schlecht. Der kommt nicht mal rum, Ole, Alter. Das ist ja wirklich das Betrug. Oh, warte, warte. Da brauchst du auch nicht spielen. Die sind alle Hardcore eingesteckt. Habe ich auch gemerkt. Brauchst du aber gar nicht spielen. Die brauchst du mindestens erst mal 20, 30 Euro, bis die Tiere erst mal anlockerst. Und wenn die eigentlich mal zum Beispiel den Furby, der liegt viel zu nah hier dran. Außer bis er drin gesteckt. Das ist eigentlich verboten, dass die die so fest drin stecken. Der kann ich gar nicht holen. Der kann ich gar nicht holen. Die müssen den fluffig. Fluffig müssen die rindelig sein müssen. Der Geld macht rein. Sowas habe ich in Ostdeutschland in meinen 32 Lebensjahren habe ich sowas noch nicht erlebt. Dass man am Tage einen Schwerlasttransport auf einer zweispurigen Autobahn über zwei Spuren macht. Und alle 200 Meter hier anhält, weil er das Ding nicht gerade ausfahren kann. Guten Morgen. Darf ich fragen, wie die Stimmung ist? So. Scheiß Öziland. Sprengt's euch weg. Das kann doch nicht. Seid ihr... Söhne! Soll ich hier schnell halten? Nein. Der Digger kann hier nicht wissen, wenn hier 1000 Autos sind. Bessi! 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 Hey! Komm mal runter, Junge! Der Kopf ist doch nicht dran! Ist doch Platz! Das sind die! Das sind die! Das sind die! Das sind die! Ja! Ja! Scheibe runter! Geil! Geil! Nein! Die Arme! Immer die Arme! Hier, Alter! Nie wieder Österreich, Alter! Nie mehr Österreich-Urlaub! Vergesst es! Nie wieder Österreich! Das war Deutschland! Österreich fängt da vorne an! Ja! Deutsche sind schuld! Die Österreicher sind gut! Guck dir doch die Natur an! Film mal da vorne! Hässlich die Sau, Alter! Einfach protestlich! Brandenburg hättest du sowas nicht! Deswegen fahren so alle so langsam, weil sie dir die Berge noch ankicken wollen und das so schön finden hier! Wir haben auch schöne Berge in Brandenburg! Rauen! Rauner Berge! Weltbekannt! Rauner Berge! Rauner Stein! Kannst du rumlaufen! Musst du Luft anhalten und musst da einmal um die großen Steine rumlaufen und kommt eine Jungfrau raus! Du kannst sie küssen! Wirklich! War damals so! Rauner Berge! Zehnmal schöner als sie dir hier! Aber wir sind hier in Bayern und können uns feiern! Nie wieder Österreich! Verdenkst du euch weg! Brrrr! Was geht dann? Alles gut? Okay, alle rein! Ich hab mich nicht gezogen! Kann ich schon ein bisschen einmal reden? Lrrr! Was ist das? Wir telefonieren und surfen! Georg! Nur bei Media macht sie das Georg-Artikel! Wie schmeckt das? So ähnlich wie du! Bloß süße! Guck mal! Das Berliner Stein lecker schön, Alter! Was geht hier auf, Mann? Techno! Techno, ja? Techno! Ja, ist doch gut jetzt! Mann, mach doch mal runter! Mach jetzt Foto! Ja, aber man sieht ihn nicht! Hast du mein schönes Gesicht? Ja! Mach doch mal das Ding weg! Okay, drei, zwei, eins! Schieß, schieß! Eins! Zwei! Drei! Warte! Warte! Daddy! Oh, Daddy! Mann, du riechst nach Erfolg! Geh mal zurück! Warte! Kann uns einer ein Startzeichen geben? Eins, zwei, drei, go! Stark! Wer war das? Tschüssi, Alter, Mann! Schreng die an! I coming! I coming! I coming! Alright, dear. Ich muss ja noch ein bisschen Startlauch! Hey Reitel! Ruhuhuhuhuhuhuhu! devast!! Hey, nee, du bist junior Radfrau. Ich bin straight! ARD Text im Auftrag von Funk Was geht ab? Wir sind hier für Liebe, für die Triebe oder für die weiten Ziele, für die Träume, für die Leute und ich mache meinen Freestyle heute. Der Osten ist da, der Osten ist da. Brandenburg-Fahne fass uns die mal vor dem DJ-Pult hinzuhängen. Dass sie direkt, wenn du DJ-Pult siehst, direkt die große Brandenburg-Fahne anhängen. Ja, Brandenburg ist mein Leben. Für Brandenburg würde ich sterben, Alter. Ey, fremdet Land. Alle zusammenreißen, 100% Leistung geben. Wir können hier eigentlich nicht verlieren. Wir können heute nur gewinnen, wir können nur abreißen. Jeder muss hier vom Festival gehen und sagen, ganz ehrlich, das war geisteskrank. Das ist mein Mund, Alter. Borromaul. Ich denke gar nicht, was ist da los, Alter. Zunge offen. Borromaul. Ich hab Borromaul. Ich hab Borromaul. Ich hab wieder Borromaul. Schau. Brille bitte kommentieren. Brille. Ja, Borromaul, Alter. Siehst richtig fit aus, oder? Ja, mein Zunge ist schon wieder offen hier oben. Ich sag dir, die Dampfe verträgt sich nicht mit meinem Suff. Deswegen hat Borromaul. Wir sind die Zukunft. Wir sind die Zukunft. Alle, 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 alle. Alle, 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 alle. Alle, 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 alle. Alle, 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 alle. Es war das letzte Mal, dass ich so aufgetrieben bin, aber das war's ja. Meine Freunde, ich habe sehr gute Nachrichten für euch. Und es geht wieder los, und zwar 2023, leider erst im März, aber diese Tour, die DDR-Tour, wird absolut geisteskrank. Wir reden davon, dass wir zusammen wieder auf Tour gehen und richtig abreißen. Eventim abchecken und Tickets holen, seid dabei, wenn wir wieder eskalieren. Es geht wieder los, Finch on Tour, DDR-Tour, ja!